hallo freunde ich habe ein schönes kleines feststehendes messerchen von bastinelli und zwar das dopamin sehr aggressive linien führung als ringmesser konzipiert also so dass man das gerade mit einem mit dem zeigefinger sehr schnell ziehen kann und dann auch einsatzbereit hat direkt im reverse griff was ich auch sehr schön finden ist 390 stahl gefertigt bei line steel verarbeitungsqualität ist richtig richtig super ich finde die handlage richtig richtig super schön spitz wirklich als ein defensives messer konzipiert die zehn griffschalen aufgeschraubt wunderbar im großen und ganzen also wie gesagt verarbeitungsqualität ist bombe was ich so ein bisschen kritisiert 250 euro für den kleinen stachel im grunde genommen ja nur ein bisschen flach stahl angeschliffen vorken gebracht stung was finde ich noch drauf die zehn griffschalen noch drauf das ist schon hab ich aber ansonsten von allem bin ich begeistert also ich mag auch diese geschwungenen vor mir da hat irgendwie so was persisches vom messer ja finde ich ja schönes messer gefällt mir sehr sehr gut wie gesagt beim preis scheiden sich dann die geister müsst ihr halt eben auch für euch dann wissen bis dahin und tschüss